Hallo Jo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Da euch mein Oddwear Whispering immer relativ gut gefallen hat, dachte ich mir, mache ich das nochmal zum Dritten Mal. Und es ist gerade 9 Uhr morgens. Deshalb ist das Licht nicht ganz perfekt, weil es halt noch nicht ganz hell ist. Und eigentlich, also ich bin ein bisschen krank. Tja. Deshalb sehe ich auch jetzt nicht ganz so mega nice aus. Und ich weiß mal wieder nicht, wohin mit meinen Haaren. Ja, es tut mir leid für alle. Ja, naja, ist ja auch egal. Ich wollte eigentlich noch irgendwas voll dringend sagen, mir fällt das gar nicht mehr ein, was. Und deshalb ist es jetzt ja auch egal. Auf jeden Fall fangen wir jetzt an mit dem Video. Und ich erzähle euch einfach wieder irgendwas über die Welt, über mein Leben. Und ihr könnt ja mal wieder alle versuchen, etwas zu hören, aber es hat bis jetzt noch nie jemand geschafft. Naja, auf jeden Fall. Boah, wie soll ich das? Lade, wir lassen uns einfach jetzt beginnen. Oh, und ja, ich wollte noch sagen, das Video wird wahrscheinlich nicht so lange dauern, weil ich das nicht so lange durchhalten kann. Weil ich finde es voll anstrengend und voll schwer. Und deshalb, ich kann es nicht so lange durchhalten. Soll es vor. Also, so Ich habe das Gefühl, dass ich die Schmutzung habe. Ich habe das Gefühl, dass ich die Schmutzung habe. Schnau, schnau, schnau. so Ich habe mich sehr, 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 sehr gut gemacht. Schau, schau. Tick, 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 Tick. Tick, 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 Tick. Tick, 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 Tick. Tick, 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 Tick. Das geht so gut, so gut. Lägen, 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 Lägen und Lägen. so äh was Kuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuck so um ... so Ich habe keine Zuhörer, die ich habe. so Pls, 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 Pls. xD 泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡泡� schau, schau, schau schau, schau, schau schau, schau, schau schau, schau, schau schau, schau 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 so leute, das war es auch schon mit dem Video ich hoffe es war nicht zu groß aber ich kann es einfach nicht echt? ich weiß nicht, wie Leute das machen Ich kenne so jemanden, der macht es eineinhalb Stunden lang, ein Video, wie er in Audible Whisperring macht. Ich kenne es nicht mehr als eine Viertelstunde lang. Naja, es tut mir sehr leid, aber ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin. Au revoir.